Tipp 25. Durchbreche den Klassenarbeitsteufelskreis Schon beim Durchlesen der Aufgaben dachte Lara, oh nein, die Arbeit schaffe ich nicht. Dabei fühlte sie sich gestern noch ziemlich sicher. Und eigentlich war Mathe ihr Lieblingsfach. Vielleicht hatte sie sich doch nicht gut genug auf diese Arbeit vorbereitet. Zehn Minuten später war es soweit. Lara bekam einen Panikanfall. Adrenalin stieg ihr in den Kopf und die Folge war eine Denkblockade. Jetzt konnte sie sich an gar nichts mehr erinnern. Die erste Fünf in Mathematik machte Lara nicht nur unendlich traurig, sondern dieser Misserfolg nagte auch ziemlich an ihrem Selbstbewusstsein. Lust zum Lernen für die nächste Arbeit hatte sie jetzt auch nicht mehr. Bei der nächsten Arbeit werde ich sowieso wieder versagen, schoss es ihr ständig durch den Kopf. Am Abend vor der Mathearbeit ging sie ohne richtige Vorbereitung und mit einem schlechten Gewissen zu Bett. An Schlaf war nicht zu denken. Müde und mit einem unguten Gefühl quälte sich Lara am nächsten Morgen in die Schule. Als sie sich schließlich die Aufgaben durchlas, machten sich sofort wieder Panik und Angst breit. Wie Lara stehen viele Schülerinnen und Schüler mit Klassenarbeiten regelrecht auf Kriegsfuß. Manche bekommen schon beim bloßen Gedanken daran ein flaues Gefühl im Magen. Einige Schülerinnen und Schüler befinden sich durch Klassenarbeiten im Dauerstress und sind im schlimmsten Fall schon in folgendem Teufelskreis gefangen. Während der Klassenarbeit bekommst du einen Panikanfall und Adrenalin steigt dir in den Kopf und dies führt zu einer Denkblockade und so zwangsläufig zum Misserfolg. Die Folgen sind eingeknicktes Selbstbewusstsein, Angst vor der nächsten Klassenarbeit, null Bock auf Lernen und deshalb eine schlechte Vorbereitung. Viele Schüler plagt deshalb am Tag vor der Klassenarbeit das schlechte Gewissen, was dazu führt, dass sie in der Nacht zu wenig schlafen. Wie vorprogrammiert erleben solche Schüler am nächsten Tag während der Klassenarbeit das gleiche wie schon einmal. Erst der Panikanfall, dann die Denkblockade und anschließend der Misserfolg. Wie die Geschichte von Lara zu Ende ging, kannst du dir bestimmt denken. Ergeht es dir manchmal auch so wie Lara? Beantworte nun bitte die folgenden Fragen und du wirst erkennen, wie sicher du Klassenarbeiten bewältigst. Nimm dir dazu zunächst ein Blatt Papier und einen Stift. Nun bekommst du insgesamt 15 Fragen vorgelesen. Entscheide sofort nach jeder Frage, ob du sie mit Ja oder Nein beantwortest und notiere dir das Ergebnis. Bist du bereit? Los geht's! 1. Schläfst du schlecht vor Klassenarbeiten? 2. Fühlst du dich häufig mies vor Klassenarbeiten? 3. Hattest du schon mehrmals einen Blackout während einer Klassenarbeit? 4. Spürst du Zeitdruck während der Arbeit? 5. Bist du während einer Arbeit manchmal verzweifelt? 6. Wirst du öfter mit den Aufgaben der Klassenarbeit nicht fertig? 7. Fängst du erst auf den letzten Drücker mit der Vorbereitung auf die Arbeit an? 8. Besteht deine Vorbereitung oft darin, dass du dir den Lernstoff nur noch einmal durchliest? 9. Weißt du oft nicht, was du vor einer Arbeit lernen sollst? 10. Sind deine Hefte unvollständig und unordentlich? 11. Musst du während der Arbeit immer mal wieder etwas durchstreichen, was du schon geschrieben hast? 12. Versuchst du oft, bei deinem Nachbarn abzuschreiben, statt dich auf deine Aufgaben zu konzentrieren? 13. Lässt du dich von anderen vor einer Klassenarbeit verrückt machen? 14. Lernst du noch am Abend vor der Klassenarbeit? 15. Lernst du manchmal noch morgens direkt vor der Klassenarbeit? Hast du mehr als fünf Fragen mit Ja beantwortet? Dann kommen unsere Tipps für Klassenarbeiten gerade zur richtigen Zeit. Bei den folgenden Tipps erfährst du, wie du aus dem Klassenarbeitsteufelskreis herauskommen kannst und wie du dich davor schützen kannst, überhaupt dort hinein zu geraten. Beobacht hoبte! Willkommen Philipps Frögang mit Jasper Greensストen? Willkommen 80. Lernst du baldiamente? Ja, bleibe!